Farmers for Farmers Die Familie bewirtschaftet einen 67 Hektar großen Betrieb mit 140 Kühen und eigener Nachzucht. 1982 siedelte der Betrieb wegen des Baus einer Autobahn aus und errichtete 2009 einen weiteren Boxenlaufstall. In der Außenwirtschaft wird viel auf die Dienstleistung von Lohnunternehmern zurückgegriffen. Die Innenwirtschaft ist Familiensache. Neben Vater Bernhard arbeitet auch seine Frau Friedhild und die Söhne Jens und Timo fleißig auf dem Hof mit. Die 19-jährige Tochter Christina macht ein duales Studium bei einer Bank. Schon seit Jahren ist der Hof Ketorn auch Ausbildungsbetrieb. Die Milchkühe haben trotz der rasanten Betriebsentwicklung in den letzten Jahren eine Durchschnittsleistung von fast 9500 Liter pro Jahr und Tier. Gemolken wird in einem 20er Swingover-Melkstand von Daily Master. Beim Melken kam Bernhard Ketorn auch die zündende Idee, die nun von der Jury ausgezeichnet wurde. Wir hatten ja im alten Stahl auch diese sogenannten Milchfilterstrümpfe und waren ja schon einige Jahre auf einen Edelstahlfilter umgestiegen. Uns störte es am meisten, dass man immer mehrere Schritte laufen musste vom Filter zum Wasserhahn und doch nicht die optimale Reinigung erzielte. Durch den Einsatz des Edelstahlfilters werden jede Menge Müll und Kosten eingespart. Aber das umständliche Reinigen des Filters gefiel Bernhard Ketorn nicht. Wir wollten eine schnelle und praxisgerechte Reinigung des Filters erreichen und haben im Handel eigentlich nicht das passende gefunden und sind so zu dieser Entwicklung gekommen. Also wir haben eine Rohrdüse mit einer Rohrlanze montiert, wo wir einige Löcher gebohrt haben, sodass wie eine Dusche der Filter von innen komplett gereinigt wird. Die Spülstation für Milchfilter selbst gebaut. Einfach aber genial. Das war auch einer der wesentlichen Gründe für die Jury, diese Idee auszuzeichnen. Auch Henk van der Feijde, Verkaufsleiter bei 4Farmers, ist immer wieder beeindruckt vom Ideenreichtum der Preisträger. Er übergab der Familie persönlich den Preis. Warum engagiert sich 4Farmers so für diese Initiative? Wir als 4Farmers unterstützen den Innovationspreis gerne, weil wir die Ideen von Bauern für Bauern gerne auf die Bühne bringen wollen für die Bauern. Wir finden es ganz, ganz wichtig, dass das geschieht. Der Kontakt zur Praxis spielt in Ihrem Unternehmen eine ganz große Rolle. Der Kontakt zur Praxis ist ganz wichtig für unser Unternehmen. Bernhard Ketorn tüftelt schon wieder an neuen Ideen. Haben auch Sie schon länger eine brillante Idee im Kopf und möchten Sie diese gern vorstellen, um bis zu 5000 Euro zu gewinnen? Das ist ganz wichtig, wenn Sie sich in Ihrem Unternehmen einigen, um bis zu 5000 Euro zu gewinnen.